Ich bin der Konrad. Ich die Melle. Ich bin der Kai und meine Frau, die Judith. Wir sind zusammen die Eisfreunde. Uns findet man in Bad Kößen am Wehr auf der neu entstandenen Radinsel und dort stehen wir mit unserem UPS-Bus, den haben wir umgebaut zum Foodtruck und dort gibt es halt unsere leckeren Eis-Kreationen. Meine Eltern hatten viele Jahre eine Eisdiele und die haben zugemacht, haben geschlossen und nach zwei Jahren missglückten Verkauf haben unsere Mädels, die Melle und Judith, begonnen dort Eis herzustellen. Auf letzten Endes den ihren Rezepturbasen und nach einem Jahr haben wir gesagt, wir müssten noch einen neuen Kurs, Seminar mal machen, wie man Eis noch auf andere Art und Weise macht. Und da bin ich eben mit dem Kai zusammen zu einem Eis-Seminar gefahren und auf Grundlage dieser Rezepte haben wir uns entschlossen, das selbst nochmal neu aufzuziehen und haben das jetzt auf einer ganz anderen Basis halt nochmal neu gestartet. Also wir legen auf jeden Fall sehr viel Wert darauf, dass die meisten Rohstoffe, wie wir es können, aus der Region kommen, wie die Milch zum Beispiel von Bauern aus dem Nachbarort, die Beeren, wo wir den Beerengarten angelegt haben, dass wir die Brombeeren, Johannisbeeren selber anpflanzen und pflücken können. Ja, was halt nicht geht, Butter oder so müssen wir halt kaufen, das ist halt leider so, aber vielleicht findet sich irgendwie jemand mal noch, der vielleicht selber Butter herstellt. Die frisch gepflückten Himbeeren nehme ich natürlich mit ins Labor, dann stelle ich eine Vase her aus der Milch, Butter, Sahne, was alles zusammen erhitzt wird. Danach kommt das in die Eismaschine, wo das runtergekühlt wird, ja, wird dann die Speiseeisschalen abgefüllt, kommt in einen sogenannten Schockfrost und danach in die Lagerschenke zum Verkaufen. Also ein gutes Eis muss grundsätzlich vollmundig sein, schön cremig zu kratzen sein, in dem Fall, ja, im Ausschank. Und gut ist es einfach, wenn die Leute schon beim ersten Mal Lecken sagen, du, das passt, ja. Das Schönste am Eisverkaufen ist oder am Eisherstellen auch ist, dass man immer gutes Feedback von den Leuten bekommt, dass die einem täglich sagen, wie gut es schmeckt und dann wird einfach die Arbeit auch wertgeschätzt. Das Schönste am Eisherstellen auch ist, dass die Leute schon beim ersten Mal lecken, wie gut es schmeckt, 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 wie gut es schmeckt.